Willkommen zum Refactoring Tutorial. Was ist Refactoring? Wozu brauche ich das? Und wie gehe ich dabei vor? Das erfahrt ihr alles in diesem Video. Vor circa zwei Jahrzehnten habe ich einen Vortrag von Martin Fowler zum Thema Refactoring besucht. Der Martin Fowler hat auch dieses Buch Refactoring geschrieben. Sehr gutes Buch, das ich jedem empfehle kann, der sich mit der Objektorientierung beschäftigt. Ja, und das Thema Refactoring, das hat mich so beeindruckt, dass ich selber ein kleines Beispiel zum Refactoren entwickelt habe. Der Falk Sippach, ein ehemaliger Kollege bei Orientation and Objects, der hat da auch einige Vorträge dazu gehalten und das Beispiel dann hier auf GitHub abgelegt. Ich habe mir das jetzt einfach mal gefolgt und werde das jetzt verwenden, um das Tutorial durchzuführen. Wenn du das Tutorial nachvollziehen möchtest, kannst du natürlich auch gerne das Repository hier klonen oder forken. Das hier ist das kleine Programm, das ich verbessern möchte. Es besteht nur aus zwei Klassen, Tarif und Kunde. Dazu gibt es einen Test. Das ist schon mal sehr gut zum Refactoren, wenn wir einen Test haben. Damit kann ich halt überprüfen, dass ich nichts kaputt mache. Ihr seht hier die Testklasse und da kann ich jetzt auch erkennen, was das Programm so macht. Es werden hier drei Kunden angelegt, ein Privattarif, ein Business-Tarif und ein Profi-Tarif. Und dann werden Telefongespräche hier abgerechnet, beispielsweise 17 Minuten um 10.30 Uhr. Und dann wird geprüft, ob die Gebühr, die da rauskommt, diesem Wert entspricht. Und bevor ich jetzt loslege zu Refactoren, gucke ich mal, ob das Programm ordentlich arbeitet. Also bevor ich Refactor, sollte ein Programm fehlerfrei oder zumindest einigermaßen fehlerfrei funktionieren. Und das macht es. Die Tests gehen durch. Ja, dann schaue ich mir mal das Programm an. Also das Programm besteht aus dieser Klasse Kunde. Diese Klasse passt hier fast auf meinen Bildschirm und dazu gibt es dann auch nochmal eine zweite Klasse, Tarif. Da sind einfach nur ein paar Konstanten drin. Jetzt möchte ich hier Refactoren. Eigentlich sieht das schon ganz gut aus. Ich könnte das so lassen, aber vielleicht gibt es da ein paar Dinge, die man so verbessern kann vom Design her. Also ich beschäftige mich jetzt mit dem Programm und versuche, die Struktur des Programms zu verbessern, sodass man es leichter pflegen, erweitern kann. Und das ist eine Tätigkeit, bei der keine neuen Funktionen entstehen und keine Fehler beseitigt werden. Also das ist so eine Sache, wo normalerweise der Kunde oder der Chef, sage ich mal, die sind da oft nicht begeistert, wenn man das durchführt. Es sei denn, sie sind auch von den Vorteilen vom Refactoring überzeugt. Wie gehe ich jetzt vor? Also ich gucke mir das Ganze an und ich will nicht das ganze Programm verstehen. Also ich versuche jetzt einfach mal schnell zu erkennen, was ich verbessern kann. Und da nehme ich mir jetzt mal die größte Klasse raus und gucke mal drauf, was es hier so gibt. Und da sehe ich dann schon mal einen, ja ich sehe, ich sehe einen Geruch, einen Bad Smell, ein Geschmäckle, wie man in meiner Heimat sagt. Und zwar eine große Methode hier. Ja, fast die ganze Klasse besteht aus einer Methode, diese Methode Account hier. Und die nehme ich mir jetzt mal vor und versuche, die zu verbessern oder zu zerlegen. Und in dieser Methode erkenne ich gleich nochmal so ein Geschmäckle. Also ich sehe eine Leerzeile und dann einen Codeblock. Und das ist immer so ein Zeichen, dass man da vielleicht was rausziehen könnte, dass das so eine Einheit bildet. Es wurde auch ein bisschen Parfüm verwendet. Und zwar hier oben dieser Kommentar. Der hier, der soll das so ein bisschen verbessern. Aber ich nehme jetzt den Codeabschnitt. Ich interessiere mich auch gar nicht, was der macht. Sondern ich nehme den einfach und ziehe den mal hier raus. Also ich gehe mal auf Refactor, Extract Method. Und dann bietet er hier auch schon, ich bin hier am IntelliJ, also er könnte es auch mit Eclipse machen. Da geht es genauso. Aber er kennt aus dem Code jetzt, was ein guter Methodenname ist. Also hier IsMonschein. Das übernehme ich doch gleich mal. Dann sehe ich mal die Methode an. IsMonschein. Das ist so typisch. Ich weise hier einer Variable einen Wert zu. Und dann gebe ich die Variable zurück. Da könnte ich doch eigentlich gleich hier returnen und das zurückgeben. Und das mache ich auch hier. Und dann kann ich das hier entnehmen. Und wenn das Ganze so aufgebaut ist und er sowieso rausgeht, dann kann ich doch das else entfernen. Und kann das Ganze mal so strukturieren. Ja, und brauche ich jetzt noch Monschein? Die Variable? Nee, die kann ich löschen. Und Monscheintarif anwendbar. Das Parfüm, das ziehe ich vielleicht hier hoch. Und mache da draus einen Java-Doc-Kommentar. Jetzt habe ich ein bisschen verklickt. Das geht ein bisschen besser. Das üben wir nochmal. Und ob das Ganze jetzt in Ordnung ist. Das überprüfe ich jetzt mit der Ausführung der Tests. Die Tests laufen durch. Ich habe nichts kaputt gemacht. Und kann jetzt einfach mal weitermachen. Also meine Methode Account ist schon kleiner geworden. Ja, aber ist immer noch zu groß. Und da habe ich nochmal so einen Block. Und den nehme ich jetzt auch einfach mal komplett hier. Gesprächspreis ermitteln. Und wende jetzt den Shortcut an. Also gerade für die gängigsten Refactorings lernt da die Shortcuts auswendig. Also gerade ein Extract Method beispielsweise. Den brauchen wir ständig. Get-Preis könnte ich lassen. Aber da unten steht Gesprächspreis ermitteln. Da übernehme ich doch das einfach. Gesprächspreis ermitteln. Bitte vergeb mir das Ä. Also das mache ich jetzt rein für die Schulung. Oder das Schulung. Für das Tutorial. Damit es ein bisschen besser aussieht. Würde ich eine Praxis nie machen. Dann ist natürlich hier der Kommentar unnötig. Den nehme ich einfach mal raus. Und ich kann jetzt sicher sein, dass das Programm noch genauso funktioniert. Weil diese Refactorings, die hier eingebaut sind, die versuchen den Code nie zu brechen. Also das ist immer eine Transformation in eine andere Form. Die aber immer noch das gleiche tut. Das ist eigentlich die Gesprächsdauer. Damit wir das nicht verwechseln mit der Zeit. Hier würde ich sagen, ich benenne das mal um. Und mache hier ein Refactoring zum Umbenennen. Das nenne ich vielleicht besser die Dauer. Die Dauer eines Gesprächs. Was kann ich hier ändern? Ich übergebe hier den Preis. Und da sehe ich, der Preis ist eigentlich, da wird hier eigentlich 0 reingegeben. Da könnte ich doch diesen Parameter eigentlich auch entfernen. Und könnte ich hier eine Double Preis einbauen. So, mache ich mal. Und dann ändere ich hier die Signatur. Dafür gibt es auch ein Refactoring. Change Signature. Und nehme den Preis mal raus. So, Refactor. Dann ist er hier wieder einverstanden. Das passt. Und hier oben, das sieht für den Moment auch mal ganz gut aus. Die Variable wird auf 0 gesetzt. Und dann gibt es hier die ganzen Zuweisungen. Aber es wird immer nur eine Zuweisung ausgeführt. Und dann kommt zum Schluss nochmal der Return. Da kann ich doch eigentlich gleich hier wieder Return reinschreiben. Also ihr seht, das ist immer wieder so das Gleiche, was du beim Refactoring ausführst. Da muss ich jetzt nicht groß nachdenken. Das ist so ein bisschen wie, also früher habe ich viel, wie heißt das, Solitär gespielt. Da ordnet man einen Kartenhaufen. Das ist aber sehr unproduktiv. Produktiver ist es, Programm zu verbessern und genauso viel Spaß zu haben. Also anstatt Solitär spiele ich jetzt einfach Refactoring. Da kann ich jetzt auch den Break rausschmeißen, weil er da mit Return sowieso die Kontrolle abgibt. Und das Programm wird kürzer und das ist immer ein gutes Zeichen, dass ich jetzt hier auf dem richtigen Weg bin und das Design verbessere, solange das Programm natürlich noch läuft. Ich sollte hier viel öfter auf Test klicken und das überprüfen. Ich spare mal den eine oder andere Schritt hier mal, weil der ist sicher für euch nicht ganz so spannend, sondern ich mache das nur noch, wenn ich hier wirklich Zweifel habe, ob ich nicht was kaputt gemacht habe. Aber ihr, ihr macht das ständig, zumindest am Anfang oder ja, wenn das ein richtiges, ein produktives Projekt ist, macht immer mal wieder einen Test, führt es durch und guckt, ob alles noch so läuft, wie es laufen sollte. Habe ich hier oben jetzt überhaupt keine Zuweisung mehr zu Preis? Da gibt es einen Trick. Ich klicke hier auf Preis und jetzt seht ihr alle Verwendungen vom Preis markiert. Und es gibt tatsächlich nur eine und dann kann ich eigentlich hier unten das ersetzen. Aber da gibt es jetzt auch ein Refactoring. Da gibt es das Inline, Inline Variable. Da solltet ihr auch den Shortcut euch merken. Zusammen mit Extract Method ist Inline Variable so das Refactoring, das ihr am öftesten wahrscheinlich durchführt. Zack, jetzt hat er mal das hier oben automatisch ausgebaut. Macht hier einen Return Null. Da könntest du jetzt auch ein Throw Exception, Runtime Exception, falscher Tarif oder Tarif gibt es nicht Exception oder sowas ausgeben. Aber da würde ich schon das Verhalten vom Programm ändern. Und da müsste ich jetzt meine Birne anstrengen und überlegen, lasse ich Refactoring, ist zum Relaxen. Da gehst du einfach her, veränderst den Code und entspannst dich dabei und versuchst hier oben einfach nur dein Hirn auf 10% zu fahren. Also es ist immer wieder so eine Tätigkeit, die mache ich zwischen dem Kreativen, wenn etwas Neues entsteht. Dann relaxe ich mal und mache ein bisschen Refactoring. Sieht schon mal um einiges besser aus. Dann gucke ich mir hier oben mal an, wie jetzt Account aussieht. Das habe ich ja verändert. Und da klicke ich wieder auf Preis. Und da sehe ich, aha, zunächst mal, da wird es definiert, da wird es verwendet. Und das schiebe ich dann oft auch ganz gerne dahin, wo es gebraucht wird. Und dann sehe ich wieder hier, hm, das ist ja unnötig. Ich setze hier Null rein. Und es ist wirklich so toll im Vergleich zu früher, wie man da entwickelt hat. Schaut mal, die Null ist grau. Also er sagt mir jetzt, das wird überhaupt nicht mehr verwendet. Das kannst du entfernen. Und das mache ich jetzt auch mal. Guck mal, ich habe jetzt den Code markiert im IntelliJ. Und gebe dann einfach Alt oder Option Eingabetaste. Und jetzt bietet er mir auch schon hier eine Lösung dafür an, dass ich das Redundante hier rauswerfe. Aber ich kann das sogar noch zusammenziehen und kann sagen, einfach Double Preis gleich. Und selbst das ist unnötig, weil der Preis wird hier nur einmal reingesetzt. Und macht das wirklich ständig, werft die temporären Variablen raus, inlinet die. Und wie gesagt, am besten mit einem Tastendruck. Und hier beim Mondschein ist es dasselbe. Also auch hier kann ich das inlinen. Und schon habe ich einen Einzeiler. Und das Ganze sieht jetzt fast schon aus wie Programme im Functional Style. Jetzt gucke ich mir das weiter mal an. Und ich habe hier nochmal so ein Geschmäckle, dass man hier so in die Auge springt. Ich muss das nicht als erstes angehen. Warum mache ich das und nicht hier unten, dass ich hier weitermache? Es ist einfach vollkommen egal. Viele Wege führen nach Rom und viele Wege führen zu einem guten Design. Und da gibt es auch Sackgassen. Also ihr könnt mal einen Weg verfolgen. Dann stellt er fest, dass es Refractoring oder so wird, da wird der Code nicht besser. Dann macht er das wieder rückgängig. Also jedes Refractoring in diesem Buch, das ist ein Katalog auch von Refractorings. Da könnt ihr nachschauen. Und zu jedem Refractoring, da gibt es ein Gegenrefractoring. Also ich gucke mir das jetzt an. Und das ist wieder ein Geschmäckle. Geschmäckle, das ist Primitive Obsession. Also ich habe hier sehr, sehr viele primitive Datentypen, die ich übergebe. Ich habe eine lange Parameterliste. Also das stinkt nach C-Code. Das ist kein schöner, objektorientierter Code. Natürlich ist das alles hier ein bisschen zahmer. Also drei Stück, was soll's. Aber wenn ihr ein richtiges Programm habt, das irgendwo im Einsatz ist, dann sind das oft Listen, die viel länger sind. Dann habt ihr ja fünf, dann habt ihr hier zehn, dann habt ihr hier 20 alles mal drin. Und da guckt ihr die euch an und guckt mal, kann ich dann etwas zusammenfassen. Also Minuten, das ist eigentlich, wie wir hier sehen, die Dauer. Und das benenne ich jetzt auch gleich schon mal in Dauer um, dass ich da nicht durcheinander komme. Aber Stunde und Minute, das gehört doch irgendwie zusammen. Minute wird auch gar nicht gebraucht. Also ich stelle hier fest, die Gesprächspreisberechnung ist nicht abhängig von der Minute. Also ob es jetzt 10.30 Uhr oder 31 ist, sondern nur, dass es 10 Uhr ist. Ich werde jetzt aber hier diese Signatur nicht ändern, weil dann breche ich die Schnittstelle und dann würde mein Test nicht mehr laufen. Und dann würden die Programme, die da drauf aufbauen, die würden auch nicht mehr funktionieren. Also hier Finger weg. Ich will trotzdem diese zwei hier, die will ich zusammenfassen in ein Objekt, das ich vielleicht eine extra Klasse einführe und dann hier übergebe an den Mondschein. Also ich schreibe eine neue Klasse. Stunde, Minute, das könnte die Uhrzeit sein. Und die Uhrzeit, die braucht, da kopiere ich einfach die hier mal. Vielleicht gibt es hier auch ein Refactoring. Also wenn ihr feststellt, dass man irgendwas besser machen kann, dass ihr irgendwie rechtsklicken kann und sonst was und das halt einfacher geht, dann geht einfach her und schreibt das in die Kommentare. Auch wenn ich jetzt hier vielleicht mal das Private vergessen würde und das nicht ganz optimal ist. Also da freue ich mich auch über Feedback. So, dann brauche ich einen Konstruktor. Da nehme ich die zwei rein. Ein Setter oder, ne, die Setter lassen wir weg. Wir wollen ja ein bisschen Functional Style auch mitmachen. Also ich mache das mal als Immutable und mache mal hier nur zwei Getter rein. Okay, habe ich eine schöne Klasse Uhrzeit, die ich hier verwenden kann. Und dann gebe ich halt hier unten an Mondschein. Da verändere ich auch die Signatur. Ist Mondschein, da wird eine Stunde übergeben. Stattdessen möchte ich hier, probieren wir doch gleich mal wieder das Change Signature. Da machen wir einen Parameter rein. Typ ist Uhrzeit, Name Zeit. Okay, und den hier, den nehme ich raus. Das korrigiere ich so und sage hier Zeit, GetStunde, Zeit, GetStunde. So, ich rufe das zweimal auf. Ist aber ein Getter, ist mir vollkommen egal und es läuft ein Java ziemlich schnell ab. Jetzt könntest du halt einfach sagen, okay, da könnte ich Zeitspannen optimieren, wenn ich das nicht zweimal aufrufe. Aber das ist momentan gar nicht meine Aufgabe, weil ich mache Refactoring. Und da juckt mich die Performance nicht. Ich verrate euch aber ein Geheimnis. Wenn ihr Refactort, bekommt ihr die Performance geschenkt, weil ihr findet die Stellen, die viel Performance kosten. Der Code, der unnötig aufgerufen wird. Der Code, der mehrfach aufgerufen wird. Und ihr findet dann meistens Optimierung. Hier oben muss ich dann natürlich noch eine Uhrzeit übergeben. Und da rufe ich dann einfach mal auf. New Uhrzeit und sage hier mal Stunde und Minute. Keine Ahnung, ob das stimmt von der Reihenfolge von der Parameter, aber ich weiß es gleich. Die Tests laufen noch. Das passt so. Wo stinkt es? Was kann man noch verbessern? Ja, mir fällt hier auf, dass IsMonshine, das arbeitet gar nicht auf dem Rest der Klasse. Also IsMonshine arbeitet auf keiner Instanzvariable und ruft keine Methode dieser Klasse auf. Also das hier können wir irgendwo anders hinschieben, den Code. Der gehört hier nicht rein. Also wo gehört der vielleicht besser rein? Der arbeitet auf der Uhrzeit. Zeitpunkt, Zeitpunkt. Okay, war jetzt keine Absicht mit Zeitpunkt, aber passt hier ganz gut. Das, was wir hier sehen, ist Mondschein, ist neidisch auf Zeit. Es hat Feature-Neid. Es möchte gern was von Zeit haben, weil es auf Zeit arbeitet. Oder auf der Klasse Uhrzeit. Also dieser Code, den können wir vielleicht verschieben in Uhrzeit. Ich versuche jetzt wieder Refactoring. Ob ich das mit einem Move hinkriege? Ja, erschlägt man es auch schon vor, das in Uhrzeit zu schieben. Also es ist Wahnsinn, wie diese Refactoring-Funktionen sich schon verbessert haben. Also die gucken euren Code auch an und machen so oft ganz tolle Vorschläge. Also ich glaube, es dauert auch nicht mehr lange, dass das Refactoring vielleicht automatisch passiert. Jetzt haben wir das hier drin und ihr seht, der Parameter ist hier verschwunden. Ich muss nichts mehr übergeben. Ich muss nicht mehr hier Zeitpunkt aufrufen. Und ich könnte jetzt hier auch direkt, also er ruft hier den Getter auf, aber das ersetze ich auch mal und sage, komm, greif direkt darauf zu. So, das, oh, was sehe ich hier? Hier stinkt es ja gewaltig. Das ist so ein typischer Klassiker. Wenn ihr eine Bedingung habt und dann, wenn die wahr ist, true und wenn sie nicht wahr ist, false zurückgibt, dann kann ich das ganz schön verbessern. Ich sage einfach nur Return und spare mir das hier. So, und die Klammern gehen auch noch weg. Schaut mal, wie schön das ist. Also das ist jetzt auch wieder so funktional. Das ist eine Beschreibung. Das ist eine Spezifikation, wie es sein soll. Das ist gar kein, ja, nichts Imperatives, wo er durchgeht. Das ist schon deklarativ. Toll. Funktioniert das Ganze noch? Ja, aber eigentlich sollte ich dafür auch einen Test schreiben. So, dann machen wir auch einen Test dazu und sollten die IsMonschein testen. Also oft erlebe ich, das heißt, ja, da kann ich nichts direkt testen und das ist auch so eine Uns-Idee. Oft schreibt man Integrationstests, weil man den Code nicht versteht. Also, ja, was da drin ist und das lässt sich so schlecht testen und dann weiß ich ja auch gar nicht, ob es insgesamt läuft. Also, Integrationstests sind was Schönes, aber wenn ich einen Integrationstest nur schreibe, weil der Code nicht dazu taugt, um Unitests zu schreiben, dann ist es besser, du machst Refactoring und dann kriegst du ja auch so Kandidaten, mit denen du testen kannst. Der Test ist fertig. Ich prüfe für verschiedene Zeiten, ob da Monschein vorliegt oder kein Monschein. Ich probiere das mal aus und, ja, funktioniert. Wie könnte ich weitermachen? Wo habe ich einen Geschmack? Ein Geschmäckle hier, Gesprächspreis ermitteln ist noch sehr groß. Und da kann ich jetzt einfach mal den Inhalt, den Block von so einer Case rausziehen. Das geht auch mit Eve-Blöcken, mit Vorschleif. Nehmt einfach, was da drin steht, wenn das lang ist. Guckt es euch gar nicht an. Macht ein Extract Method draus. Und dann findet er vielleicht auch hier einen ganz guten Namen. Ich glaube, das ist jetzt hier der Privattarif und oben heißt es Gesprächspreis ermitteln. Da mache ich jetzt halt mal Ermittler Privat. Gucke ich mir mal an. Ja, da passiert noch mal ein bisschen was. Da gucken wir später mal drauf. Aber ich mache das jetzt erst mal, wie gesagt, ich will mich nicht zu arg anstrengen. Und ich mache das einfach mal für alle drei. Und ich mache das sogar für das hier. Das sieht ein bisschen übertrieben aus. Aber ich bin jetzt einfach mal konsistent. Und ich habe schon sowas vor. Also dieser Switch, das sieht mal so aus, wie wenn da noch was geht. Da brauche ich noch einen Namen. Oh, da schlägt er mal was vor. Er hat ein Duplikat erfunden, wenn er jetzt die Konstanten hier mit Variablen ersetzt. Ich lasse mich einfach mal drauf ein. Oft schlägt er einem da was Cooles vor dabei. Er hat jetzt ermitteln Business und ermitteln Business wird verwendet jetzt von ermitteln Privat. Das ist vielleicht nicht ganz so, was ich haben will. Das korrigieren wir vielleicht gleich. Ich gucke, ob die Tests noch laufen. Also auch vor allem der Kunde-Test. Tut noch alles. Wunderbar. Aber zunächst ziehe ich hier das nochmal raus. Ermitteln Profi. Okay. Da schlägt er mal auch noch was vor. Dass er da auch wieder die Konstante ersetzt. Das geht mal hier zu weit. Das lehne ich mal ab. Okay. Schön. Die hier ist um einiges kleiner geworden. Und jetzt schaue ich mal hier, wie die Methoden so aussehen. Also was mir nicht gefällt, ist rein, dass Privat den Business hier verwendet. Das mache ich anders. Ich möchte das hier so als Signatur behalten. und benenne das vielleicht mal um. Genau. Also das hier kopiere ich mir doch mal raus. Weil ich das gleich nochmal einsetze werde. Und mache hier einen Umbenenner. Ich möchte mir jetzt das Ganze nicht so weit angucken, dass ich hier eine Entscheidung treffe, wie die Methode heißt. Ich schreibe jetzt einfach mal rein, dass ich die Methode später umbenennen muss. Das ist so eine Hilfsmethode. Und dann baue ich hier oben die Ermitteln Business wieder ein. Und die kann ja die hier unten aufrufen. Mit Dauer, Mondschein, V und V2. Und natürlich müssen wir hier eine Rückgabe machen. Okay. So. Und das hier oben, das sollte dann natürlich auch ermitteln, Business aufrufen. Wieder überprüfen, ob alles funktioniert. Irgendwie sieht das wieder hier komisch aus. Vier Parameter. Ich rufe den nur einmal auf und habe die Konstanten hier drin. Die könnte ich eigentlich dann auch rausziehen. Und hier unten verwenden. Ich mache das mal. Dann kann ich das hier entfernen. Mondschein. Okay. Und das brauche ich nicht mehr. Ich prüfe nach, ob das Ganze noch funktioniert. Ups. Da ist was schiefgegangen. Da kommt was Falsches raus. Wahrscheinlich habe ich hier die Zahlen verwechselt. Aber dafür habe ich ja mein Sicherheitsgurt, mein Fallschirm, mein Test. Und jetzt ist es tut. Ja, nächster Geruch. Jetzt haben wir ein paar Basic Refactorings gemacht. Wir schauen uns jetzt an ein bisschen fortgeschrittenes Refactoring. Und zwar hier dieser Switch. Das sieht mir nach Zielprogrammierung aus. Also viele Conditionals, viele Switches ist typisch für Ziel. Bei der Objektorientierung gibt es Polymorphie, gibt es schöne Design Patterns. Und da führen wir jetzt auch eins ein. Das können wir hier ersetzen. Diese Auswahl. Wir wählen ja eine Methode aus. Und wir wählen die Methode abhängig von einem Typ aus. Privatbusiness oder Profi. Und das ist doch eigentlich Polymorphie. Dafür haben wir die Objektorientierung. Also wollen wir die hier auch benutzen. Und jetzt brauche ich hier so eine Basisklasse. Und das könnte doch der Tarif sein. Und dann könnte ich hier Subklassen haben. Er sagt man es auch schon hier. Privattarif, Business-Tarif und Profi-Tarif. Ich lege mal solche Klassen an. Und sage, ich mache eine neue Klasse. Privattarif und die erweitert Tarif. Ich will noch einen Konstruktor haben. Okay. Und das gleiche noch für das Geschäft. Der Business-Tarif. So. Und was fehlt noch der Profi-Tarif? Vererbung nicht vergessen. Also habe ich jetzt praktisch drei Klassen, die davon ableiten. Ermitteln, Privat, Business und Profi, kann ich jetzt darüber schieben. Das kopiere ich mal rein. Und nehme mir hier mal den Profi. Das ist am einfachsten. Schneide mal das mal aus. Und baue den hier ein. Und den Privat. Und den Business. Da fehlt was. Green Emulator. Und beim anderen fehlt es wahrscheinlich auch. Das wird ja benutzt von diesen beiden Tarifen. Das könnte ich dann auch hier im Tarif in die Basisklasse einbauen. Wird noch nicht benutzt. Ist auch hier Private. Ich will jetzt eine Subklasse benutzen. Also Protected. Und Business-Tarif und Profi-Tarif sind okay. Jetzt hat er halt hier noch ein Problem. Weil es die Methoden nicht mehr gibt. Und die muss ich jetzt auf dem Tarif aufrufen. So. Das ist jetzt natürlich ein bisschen größeres Refactoring. Da muss ich ein bisschen mehr machen. Aber dazu kann ich natürlich auch einfach vielleicht mal ein Brunch aufmachen. Und das ein bisschen Refactoring. Ich versuche aber trotzdem wieder schnell zum laufenden Programm zu kommen. Dass ich die Tests ausführen kann. Ich brauche jetzt halt hier die entsprechende Instanz vom Tarif. Damit ich das aufrufen kann. Und vielleicht behilfe ich mir einfach da mal kurz. Dass ich sage New Privat-Tarif. Und rufe dann ermittle Privat auf. Und da will er jetzt noch mal was übergeben bekommen. Das nutzen wir hier eigentlich gar nicht mehr. Ah. Das ist falsch hier. Warum sagt hier keiner Bescheid? Das sollte doch der Privat-Tarif sein. Okay. Nochmal ein Problem. Guck mal an, was er... Ah ja. Wir haben die noch privat. Wir sollten das ändern. Und zwar, ich kann das jetzt hier gleich ändern lassen. Ich mache es aber da mal drin. Ich will das hier eigentlich public haben. Und dazu muss ich das hier ändern. Und dann brauche ich hier New Business Tarif. New Profi Tarif. Okay. Mein Test. Läuft noch. Ach ja, hier mit dem Vorgehen. Also ihr findet hier drin detailliertes Vorgehen, was ihr machen müsst beim einzelnen Refactoring. Dass das mechanisch abläuft. Immer gleich. Und ihr möglichst wenig Fehler macht. Ich halte mich da nicht immer da drin, wie es hier aufgeführt ist. Manchmal ist mir das zu ausführlich. Manchmal ist es auch eine schlechte Gewohnheit. Also verzeiht mir das bitte für den Anfang. Macht es da wirklich so, wie es hier drin steht. Probiert es mal aus. Dann brecht ihr den Code am wenigsten. Ihr habt am wenigsten Stress. Und alles ist relaxed. Sieht noch ein bisschen hässlich aus. Wir haben ja auch noch nicht die Polymorphie so richtig eingesetzt. Also hier ja. Aber wir haben noch den Switch da vorne. Wir treffen eigentlich hier die Entscheidung. Das muss anders werden. Ich muss jetzt gucken, dass ich hier oben natürlich den richtigen Tarif reinsetze. Also Privat, Business oder Profi. Und dazu wäre vielleicht so eine Factory nicht schlecht. Da steht sie ja fast schon dran. Also ich kopiere mir jetzt den Switch. Gehe in den Tarif und baue mir hier eine Factory Method rein. Okay. Also Public auf jeden Fall. Wir geben einen Tarif zurück. Und das wäre jetzt dann vielleicht Create, erzeuge. Ja. Ich mache mal einen Get-Tarif. Dann switch rein. Und das Ganze ist abhängig dann natürlich hier von dieser Konstante. Ja. Könnte man natürlich auch ein schöner Enum einbauen. Aber die Schnittstelle will hier noch ein Integer. Sehe ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Tarif, Tarif. Das fällt raus. Es reicht jetzt einfach Tarif. Und hier unten will ich natürlich nicht den Aufruf, sondern einfach nur Privat, Business oder Profi Tarif zurückgeben. Und eigentlich brauche ich hier die Nullen auch nicht mehr. Das kann ich auch gleich mal rauswerfen. Ich sage, ich mache jetzt wahrscheinlich zu viele Schritte auf einmal. Ihr macht das natürlich anders. Und hier unten, ich verkneife mal das auch hier mal nicht, dass ich sage, ich werfe jetzt mal eine neue Runtime-Exception. Keine Checked-Exception, damit wir die nicht überall abprüfen müssen. Tarif ist unbekannt. Jetzt muss ich das noch fixen. Ich gucke mal, ob er was anbietet. Remove vom Konstruktor. Ja, raus mit. Ja, da will er aber eine Menge haben. Klicke ich mir trotzdem mal durch. Ich muss mich nicht anstrengen. Jetzt habe ich mich hier verklickt. Aber eigentlich kann ich das auch hier rauslöschen. Und dann kann ich das auch rauslöschen. So. Im Business-Tarif. Privat-Tarif. Und im Profi-Tarif. Jetzt haben wir natürlich noch das Problem, dass es hier einen Konstruktor gibt. Ich nehme das mal raus, weil wir ja hier das Ganze anders machen. Ich sehe auch, dass ich hier nochmal ein Static brauche, dass ich das aufrufen kann, ohne dass ich eine Instanz habe. Und den Int-Tarif hier brauche ich eigentlich auch nicht mehr. So. Jetzt müssen wir hier natürlich das umändern. Ich muss hier ein Tarifobjekt reinsetzen. Und das mache ich über meine Factory, dass ich dann sage, Tarif, GetTarif, TarifArt. Wir wollen den Switch draußen haben. Das ist ja das an der Objektorientierung. Ich sage jetzt einfach nur Tarif Punkt. Und dann gehe ich auf die Methode hier ermitteln. Habe ich aber hier noch nicht vorgegeben. Also, ich baue es jetzt einfach mal hier rein. Zack. Und rufe das hier auf. Das will ich auf Tarif aufrufen. Also ermittle. Und nicht mehr Privat-Business, sondern einfach hier eigentlich das. Gesprächspreis ermitteln. So. Und das soll dann natürlich auch zurückgegeben werden. Und dann kann ich das hier alles entfernen. Okay. Die lasse ich mir einbauen. So. In meinen Tarif. Die soll dann auch jeweils implementiert werden. Dazu machen wir die hier Protected. Und ich möchte die hier nicht vorgeben, sondern die muss in der jeweiligen Klasse implementiert werden. Darum machen wir die hier Abstract. Und dazu muss natürlich auch dann die Klasse abstrakt sein. Ja. Und da gibt es drei Probleme damit. Und das ist dann wahrscheinlich halt hier in den Subklassen. Genau. Weil die das nicht implementieren. Und dann kann ich das halt fixen, indem ich hier die Methode implementiere. Aber das sollte die hier ja sein. Dann übernehme ich einfach mal, was hier so drin stand. Okay. Und kann das hier raus machen. Also, wie gesagt, ein bisschen komplexer, das Refactoring. Aber das ist jetzt hier auch eine Geschichte, die ganz so einfach ist. Aber zum Glück habe ich ja IntelliJ und das hilft mir hier kräftig dabei, so dass ich auch ein klein bisschen größere Sachen dann hinkriege. So, und ich gucke mal, ob das Ganze wieder läuft. Wow, Wahnsinn. Tut. Jetzt muss ich mal aber erst mal so alles nochmal angucken und hier einen Überblick bekommen. Ich gucke mal, ich gucke mal den Kunden an, wie der so aussieht. Der ist mächtig geschrumpft. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Aber warum habe ich hier zwei Methoden? Der ruft Gesprächspreis ermitteln auf. Das könnte ich doch gleich inlinen. Also, wieder mein Shortcut fürs inlinen. Hier ist es grau, wird nicht mehr gebraucht. Also, raus damit. Und die Klasse liest sich doch jetzt wirklich toll. Also, der Kunde hat einen Tarif und es gibt eine Gebühr, die abgerechnet wird. Ich kann den Kunde erzeugen. Ich kann einen Gesprächspreis oder ein Gespräch hinzufügen. Die Gebühr wird erhöht und ich kann die Gebühr abfragen. Kann ich sehr, sehr leicht lesen. Und Gesprächspreis ermitteln geht an Tarif. Der ist dafür zuständig. Da ermittle ich gleich schon, ist Mondschein. Eigentlich könnte man hier die Uhrzeit übergeben und dann dort ermitteln lassen, die Tatsache, dass es auf Mondschein basiert. Weil das ist jetzt hier Wissen. Der weiß, dass hier vielleicht Mondschein verantwortlich sein könnte. Ich fände es besser, wenn ich jetzt hier einfach nur die Uhrzeit übergebe. Aber kommen wir gleich nochmal zurück. Ich will erstmal einen Überblick verschaffen. Business-Tarif sieht gut aus. Der ruft jetzt die Basisklasse auf. Profi-Tarif sieht sehr gut aus. Privat-Tarif müssen wir noch ein bisschen was machen. Die Uhrzeit ist auch ganz schön. Und der Tarif enthält jetzt die Fabrik. Die Konstanten brauche ich momentan. Ja doch, hier unten brauche ich die noch. Lasse ich mal drin. Aber was ich hier sehe, ist, das ist unnötig. Also auch wieder ein Zeichen, dass wir hier den Code da haben, wo er sein soll. Wenn hier so viele Qualifier davor stehen, A Punkt, A Punkt, B Punkt und so weiter, dann ist der Code vielleicht nicht da, wo er hingehört. Sieht so besser aus. Das Rename Me Later, das ermittelt ja der Preis abhängig von Mondschein, sehe ich gerade. Da habe ich jetzt ein bisschen Misser bekommen, dann kann ich das umbenennen. Das ist dann Zeit, vielleicht ein bisschen allgemeiner. Und dann habe ich hier unten Gesprächspreis ermitteln. Wie gesagt, das ist jetzt hier mit dem Boolean. Und ich wollte jetzt hier eigentlich die Uhrzeit drin haben. Dann versuche ich das nochmal zu refactoren. Wo haben wir es? Ein Change Signature. Und ich führe nochmal ein Parameter ein. Uhrzeit, Zeit. Ich mache das jetzt einfach mal in kleine Schritte. Und mache das einfach mal. Okay. Da gibt es ein Problem dazu. Ja, da muss ich jetzt auch nochmal die Zeit reinwerfen. Gleich dann wieder hier rauslöschen. Machen wir auch wieder mit dem Refactoring. Refactor, Change Signature. Und ich nehme jetzt Mondschein raus. Jetzt dürfte die Berechnung wahrscheinlich fehlschlagen. Ja, da übergebe ich dann auch einfach mal Zeit weiter. Okay, das will er hier wahrscheinlich nicht haben. Da muss ich dann auch die Signature anpassen. Und da werfe ich den Mondschein wieder raus. Und füge hinzu die Uhrzeit. Jetzt muss ich die halt auch noch anpassen. Da muss ich dann die Zeit übergeben. Profi ist nichts. Aber ich glaube im Business Business. Da ist noch was. Ja, sieht gut aus. Gibt es garantiert nochmal einen Fehler. Da muss ich jetzt natürlich die Mondschein-Zeit berechnen. Nächster Versuch. Tut. Wie gesagt, das ist schon heftig, was ich hier umgebaut habe. Macht mal erst die anderen Refactorings und geht dann an sowas dran. Aber man findet sowas auch nicht immer. Aber viele Programme haben sowas. Und besonders achtet mal drauf, wenn viele Switches da sind und dann immer wieder Verhalten vom Gleichen abhängt. Und dann könnt ihr eine Klasse dazu machen und könnt es rüberschieben. Und dann taucht irgendwie ein Design-Pattern auf. Beispielsweise wie hier eine Strategie, bei der ein Algorithmus austauschbar ist. Gut. Wie sieht meine Lösung aus? Ich glaube, die sieht so ganz gut aus. Aber da könnte man vielleicht irgendwo noch was verbessern. Also das hier ist schon mal ganz okay. Preis zur aktuellen Zeit. Wie sieht der Privattarif aus? Oh, der Privattarif. Ich übergebe hier auch noch, das stört mich so ein bisschen, das könnte man irgendwie rausziehen. Privattarif und Business-Tarif. Da stehen die Zeiten drin und das nimmt die Basisklasse. Und ich habe hier wirklich viele Parameter. Da zeige ich euch nochmal ein Design-Pattern, das sehr, sehr nützlich ist für Frameworks. Wir kommen hier auch so langsam zum Framework, dass unser Programm sich aufteilt. Es teilt sich auf in ein Framework und eine Erweiterung, die dann auf diesem Framework läuft. Und dazu soll ich vielleicht auch gleich mal die Struktur ein bisschen dahingehend aufräumen. Ich mache mal hier ein Tarif-Package rein und verschiebe mal Business, Privat und Profi in dieses Tarif-Package. Und dann gibt das hier mein Framework und das ist hier die Erweiterung, die auf diesem Framework läuft. Typisch für Framework-Code. Da ist ein Callback drin. Da ist eine Methode drin, die wir aufrufen von außer. Also die Erweiterung hier hat nicht die Flusskontrolle. Die Flusskontrolle obliegt dem Framework. Also jetzt gehe ich nochmal hier zum Tarif und da sehe ich dieser Preis zur aktuellen Zeit. Das ist im normalen Tarif drin und ich habe hier diese ganzen Parameter und benutzt wird es nur von Business und von Privat-Tarif, nicht vom Profi-Tarif. Da könnte ich eigentlich nochmal eine Klasse dazwischen einbauen. Das möchte ich jetzt mal machen und sage, da baue ich jetzt hier einen Mondschein-Tarif ein. Der Mondschein-Tarif, der erweitert natürlich den Tarif und der soll jetzt diesen Preis zur aktuellen Zeit enthalten. Und dann mache ich das Ganze abstrakt, weil ich den nicht direkt einsetzen möchte, sondern ich möchte dann sagen, der Business-Tarif extensst dann Mondschein-Tarif und der Privat-Tarif macht dann auch hier einen Mondschein-Tarif. Und dann kann ich, ja das wird doch schon viel schöner, dann kann ich das hier rauslöschen und habe hier ein viel kompakterer Tarif. Auf Mondschein-Tarif soll natürlich auch hier oben rein. Ich würde mal sagen, das ist jetzt, ja kommt drauf an, ob ich das jetzt hier im Framework lasse oder hier reinschiebe. Ah ja, das ist nützlich. Das war hier noch auf Default gestellt, der Zugriffs-Modifier und das sollte natürlich auch dann Public sein. Das wird dann auch Bestandteil der Schnittstelle des Frameworks zum Mondschein-Tarif. Also mich stört diese zwei Werte, vor allem stört mich auch halt, dass das V und V2 heißt, also da wird mal Zeit zum Umbenennen. Das hier ist eigentlich der Preis Mondschein-Zeit und das hier ist eigentlich der normale Preis. Und anstatt, dass er die jetzt rein übergebe bekommt, hier können, dass ich die auch irgendwo holen. Und dazu kommt jetzt die Template-Methode, die Schablone-Methode ins Spiel. Ich baue hier natürlich Protected, nicht Public, nicht Private, sondern so, dass das die abgeleitete Klasse überschreiber kann. Baue ich jetzt eine Methode ein, eine Schablone-Methode, GetPreismondschein. Und das soll natürlich auch abstrakt sein. Hier wissen wir nicht, wie der Preis ist, das weiß ja. Das ist ein Wissen, das in der Subklasse vorhanden ist. Und das gleiche brauche ich da nochmal. So, ich bin versucht zu kopieren. Ja, das kopiere ich jetzt, aber es ist besser beim Programmieren so wenig wie möglich zu kopieren, weil wenn du kopierst, kriegst du den doppelten Code und das ist immer schlecht. Also manchmal möchte ich am liebsten jungen Kollegen die Kopierfunktion einfach ausbauen. War jetzt böse. Okay, ich weiß es. Double kommt raus. Okay. Und jetzt brauche er das natürlich. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, hol dir das. Und ja, und das ist jetzt eigentlich schon mal ein bisschen crazy. Also, ich frage den hier ab, obwohl es das da noch gar nicht gibt. Aber das kommt ja dann über die, wie heißt man es, über die Subklassen, über die Implementierungen rein. Und das haben wir hier natürlich das Problem im Mondscheintarif, dass er das hier noch übergibt. Das nehme ich jetzt gleich raus. Aber ich habe nochmal ein anderes Problem. Ich muss jetzt natürlich die Methode hier implementieren und muss sagen, okay, wie ist der Preis zur Mondscheinzeit und wie ist der Preis normalerweise. Und das biete ich jetzt an, indem, dass ich diese Methoden überschreibe. Und das Schöne an der Schablonen-Methode ist, dass ich halt dazu gezwungen werde. Also, ich kann das gar nicht anders machen. Ich muss diese Methoden implementieren. Und dann muss ich mir halt auch Gedanken machen, was ich da übergebe. Und die abstrakte Klasse hier drunter, die kann dann natürlich da drauf zugreifen. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Ah, es läuft. Also, schauen wir uns nochmal an, was jetzt so passiert ist. Also, ich habe hier eine Vererbungshierarchie. Ich habe den Tarif. Und der Tarif hat dann diese abstrakte Klasse Mondscheintarif. Die ist für den Business-Tarif und die ist für den Privattarif da. Und im Mondscheintarif ist jetzt diese Berechnung für den Preis zur aktuellen Zeit. Also, preisabhängig von der Stunde. Eigentlich, ob das jetzt Mondschein ist oder was anderes, das ist eigentlich ein zeitabhängiger Tarif. Das könnte ich auch machen. Also, das wäre vielleicht hier nochmal ein bisschen besser. Dass ich sage, das ist einfach allgemein ein zeitabhängiger Tarif. Ungewohnt hier deutsche Bezeichnungen zu verwenden. Also, ich habe einen zeitabhängigen Tarif. Und der ermittelt den Preis zur aktuellen Zeit. Genau, das kann ich dann benutzen in einer abgeleiteten Klasse. Und die müssen dann die Preise zur Verfügung stellen. Der Business-Tarif sieht dann ganz schön aus. Seine einzige Aufgabe ist es eigentlich jetzt, diese zwei Zeiten. Das ist ein Beitrag. Der Beitrag vom Business-Tarif sind diese zwei Preise. Beim Privattarif ist es noch ein bisschen komplexer. Und ich könnte das jetzt eigentlich so stehen lassen. Aber selbst sowas refaktere ich noch. Also, hier schaut mal, die zwei Zeilen. Was machen die? Keine Ahnung. Also, was macht Dauer-1? Da fängt es jetzt an, dass ich mal fachlich Gedanken machen muss. Und ich kann aber jetzt das schon mal ein Extract-Method machen. Und ja, getDauer. Ich könnte das so lassen oder rename me. Aber vielleicht weiß ich doch was über die Fachlichkeit, dass das das Abziehen der Freiminuten ist. Ja, nenne ich es mal so. Das ist dann hier die Dauer nach Abzug der Freiminuten. Lange Methodennamen, die das Ganze dokumentieren. Das könnte ich jetzt auch gleich mit einer Konstante versehen. Refactor introduce constant. Die Freiminuten. Dann, was ist das hier? Extract-Method. Jetzt kann ich mal versuchen, das so ein bisschen zu interpretieren. Also, wenn die Dauer kleiner ist als 0, ist es 0. Und ansonsten ist es die Dauer. Also, da geht er her und verhindert, dass, wenn ich jetzt Freiminuten nicht nutze, dass ich die ausgezahlt bekomme. Wäre doch eine schöne Sache. Ich habe 30 Freiminuten. Und wenn ich sie nicht nutze, bekomme ich die zurückerstattet. Und ich verwende hier einen Methodename. Mindestens. Mindestminuten. Klingt ein bisschen blöd, aber ich weiß, was gemeint ist. Und das ist ja auch der Zweck davon. Dauer. Und da wird sie hier unten eingesetzt. Könnte ich vielleicht auch inlinen. Macht das so direkt nicht. Ich setze es mal so rein. Müsste ja eigentlich trotzdem gehen. Was sagen die Tests? Das große Orakel tut. Wenn die Tests laufen, ist es richtig. Und da mache ich jetzt hier einfach auch nochmal ein Inline. Und setze das hier rein. Ja, ist auch nicht gerade so kurz. Jetzt habe ich hier diese Methode Mindestminuten. Ich bekomme was übergeben. Und das hat ja eigentlich... Das begrenzt das. Das verhindert, dass es negativ ist. Das wäre jetzt auch wieder so ein Kandidat eigentlich für eine Utility-Klasse. Weil das generell einsetzbar ist und nicht unbedingt irgendwas zu tun hat mit, ganz speziell mit meiner Domain. Also ich versuche das dann auch mal zu verschieben. Refector, 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 Move. Ja, Static nochmal. Refector, Refector, Move in Utils. Aber natürlich mache ich das hier Public, dass ich das woanders auch verwenden könnte, weil das was Universelles ist. Und das sind dann eigentlich auch nicht mehr die Mindestminuten. Ich benenne das mal um und sage, das ist Mindestensnull. Ich schaue mal an, wie das Ganze so aussieht. Also mit Kunde bin ich super zufrieden. Mit Tarif bin ich super zufrieden. Und das reicht ja eigentlich auch, weil das sind jetzt die... Das ist das Framework. Also das ganze Framework, das eigentliche, der Kern unserer Domäne, unserer Fachlichkeit ist jetzt einfach nur das hier. Und da kann ich auch weitergehen. Also ich kann jetzt auch, das sollte ich nur machen, wenn ich weiß, dass es okay ist. Ich ändere jetzt die Schnittstelle und passe dazu meinen Test an. Also das muss gut überlegt sein, weil da vielleicht gibt es noch andere Code, der das benutzt. Vielleicht mache ich jetzt auch eine neue Version und breche es absichtlich. Das muss ja auch irgendwann einmal sein. Also da passt es nicht, dass hier dieser Int übergeben wird. Und ich tausche das jetzt aus und sage, dass man hier direkt einfach den Tarif übergeben und weist den dann zu. Also da sage ich, da kommt ein Tarif rein von der Klasse Tarif. Und dann ist das einfach hier diese Zuweisung. Da gibt es jetzt natürlich Probleme und diese sind jetzt im Test. Da brauche ich jetzt den Privatkunde, den New Privat Tarif, New Business Tarif und New Profi Tarif. Okay. Test ausführen. Läuft wieder alles. Okay. Dann gehe ich nochmal zu meinem Kunde. Also das sieht jetzt auch nochmal besser aus. Ich könnte jetzt natürlich auch nochmal die Signatur hier verändern, dass wir hier auch die Uhrzeit reingeben. Könnt ihr euch denken, spare ich mir jetzt. Wird nicht mehr benutzt. Schaut mal, ich kann dann meine Fabrik hier rauswerfen. Ich kann meine Konstanten rauswerfen. Und der Tarif besteht jetzt nur noch aus Gesprächspreis ermitteln in Abhängigkeit von Dauer und Uhrzeit dieses Interface. Und der Trick ist, unsere Anwendung, unser Framework, das wäre normalerweise, das greift ja auf den Business Tarif zu. Das müsste den Business Tarif kennen. Aber unser Framework kennt jetzt die Tarife gar nicht. Unser Framework kennt nur den Tarif und diese Erweiterungen, die kennen, die kennen den Tarif. Das heißt, es ist umgedreht. Es ist eine Dependency Inversion. Und das ermöglicht euch, große Programme zu schreiben, die ihr ändern könnt. Das ist Softwarearchitektur hier, was wir sehen. Auch im kleinen Beispiel, weil das geht natürlich auch im Großen. Klar, warum nicht? Probiert es aus. Habt Spaß dabei. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so mit Reflektoren gemacht habt, wie es lief. Dankeschön fürs Zuschauen.